A 2.0. Gegeben sind die Parabel P mit der Gleichung y ist gleich 0,25x²-3x plus 8 und die Gerade G mit der Gleichung y ist gleich minus 0,25x plus 6,5. Es gilt, Grundmenge ist R kreuz R. Die Punkte A und B sind die Schnittpunkte der Parabel P und der Geraden G. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. Und Aufgabe 2.1. Berechnen Sie die Koordinaten der Punkte A und B. Also alles Wichtige aus der Aufgabe nochmal markieren. Wir kennen eine Parabel und wir kennen eine Gerade. Wir müssen auf zwei Stellen nach dem Komma runden. Und zusätzlich haben wir noch die Information A und B sind Schnittpunkte der Parabel mit der Geraden G. Das brauchen wir auch schon für die erste Aufgabe. Hier heißt es nämlich, berechnen Sie die Koordinaten der Schnittpunkte von A und B, also der Punkte von A und B. Und wie gerade gesagt, das sind die Schnittpunkte, also hier A und B. Und von diesen Punkten wissen wir, die haben die gleichen Funktionswerte. Also gehen wir einfach her, nehmen die Parabelgleichung mit 0,25x² minus 3x plus 8 und setzen dies gleich mit der Geradengleichung minus 0,25x plus 6,5. Ja, also Schnittpunkt berechnen, Funktionswerte sind gleich, das heißt die Parabelgleichung muss gleich sein wie die Geradengleichung. So, wir haben jetzt eine Gleichung, eine quadratische Gleichung, die wir mit einer speziellen Lösungsformel lösen können oder auch den, je nach Verfügbarkeit, Calc Intersection oder mit dem Graphicsolver sehr schnell ausrechnen können. Ich benutze jetzt die Lösungsformel. Finde man normalerweise in der Formelsammlung, je nachdem welche man benutzt. Kann auch bei einer anderen Seite stehen. Was wir jetzt brauchen ist, einmal Diskriminante, um herauszufinden, wie viele Lösungen gibt es. Hier kann man schon abschätzen, es müssten zwei Lösungen rauskommen, nämlich A und B. Und dann haben wir hier noch die entsprechende Lösungsformel dazu. Ganz wichtig ist, wir brauchen die allgemeine Form, um diese Lösungsformel überhaupt ansetzen zu können. Das heißt, auf einer Seite muss gleich 0 stehen. Hier oben sehen wir es, ist gleich 0. Ob das links oder rechts steht, ist dabei egal, aber wir müssen es so umformen, dass auf einer Seite 0 steht. So, ich bringe jetzt alle Zahlen und Variablen auf die linke Seite. Das heißt, ich formel um in plus 0,25x und minus 6,5. Und dann folgt in der nächsten Zeile 0,25x² minus 3x plus 0,25x sind minus 2,75x und plus 8 minus 6,5 sind plus 1,5. Ist gleich 0. Als nächster Schritt setze ich die Diskriminante an. d ist gleich, und das heißt, es ist hier b² minus 4 mal a mal c. Jetzt muss man im Prinzip nur oben aus der allgemeinen Form auslesen, was ist mein b, was ist mein a und was mein c. Kann man hier recht schnell im Prinzip verknüpfen. Hier haben wir das b, hier haben wir das a und hier haben wir das c. Also, grob gesagt, das a ist immer mein Zahlfaktor vor dem x², das b ist immer die Zahlform x und das c ist immer die Zahl ohne Variable. So, einfach einsetzen, also b², das heißt, minus 2,75 zum Quadrat, minus 4 mal a ist die 0,25 und c ist die 1,5. So, das tippen wir jetzt in den Taschenrechner ein und dann kommt raus ein Wert von 6,06. Das ist größer als 0, das heißt, es gibt zwei Lösungen. So, ist der Schritt schon geschafft. Als nächstes die Lösungsformel. Hier sehen wir wieder, es gibt ein b, es gibt ein a. Das können wir wieder oben aus der allgemeinen Form auslesen. Und zusätzlich unter der Wurzel steht noch das d, also die Diskriminante. Die haben wir jetzt hier gerade in diesem Schritt ausgerechnet. Also haben wir wieder alle Möglichkeiten oder alle Zahlen für die Lösungsformel gegeben. Wir berechnen x1 und x2. Ich fange mit x1 an. Ist gleich großer Bruchstrich. Es folgt minus b, das heißt, minus, Klammer auf, und jetzt hier das b einsetzen, also minus 2,75. Und für x1 gehen wir jetzt zuerst über das Plus, Wurzel aus der Diskriminante. Also Wurzel aus 6,06. Und für x2 folgt hier eben minus Wurzel aus der Diskriminante. Und unten im Nenner haben wir da stehen 2 mal a, also 2 mal 0,25. So, das tippen wir jetzt wieder in den Taschenrechner ein. Dann kommt raus 10,42 für die erste Lösung. So, jetzt gilt natürlich zu überlegen, ist das der Punkt A oder der Punkt B. Können wir ganz einfach aus der Zeichnung ablesen. Punkt B hier sitzt ungefähr bei 10,42. Also wird das die x-Koordinate vom Punkt B sein. Wir brauchen noch die y-Koordinate, weil die Aufgabe heißt, berechnen Sie die Koordinaten der Punkte A und B. Da die Punkte A und B sowohl auf der Parabel als auch auf der Geraden liegen, können wir jetzt entweder die Parabelgleichung nehmen und für jedes x die 10,42 einsetzen. Oder wir nehmen die Geradengleichung und setzen für x gleich 10,42 ein. Die Geradengleichung ist etwas kürzer. Deswegen nehme ich jetzt die. y1 ist gleich, die Geradengleichung habe ich hier stehen, beziehungsweise steht auch oben eine Aufgabe. Kann man auch nochmal nachgucken. minus 0,25 mal, so für das x setze ich jetzt meine erste Lösung ein, also die 10,42. Und hintendran noch die plus 6,5. Das wieder in den Taschenrechner eingeben und dann kommt ein Wert von 3,90 raus. Also hat unser Punkt B die Koordinaten 10,42 und 3,90. So, Schritt 2, unsere zweite Lösung. x2 ist gleich, wieder ein Bruchstrich. Es beginnt wieder mit minus B, also minus 2,75. Und jetzt der zweite Weg, also minus Wurzel aus der Diskriminante, also Wurzel aus 6,06, geteilt durch 2 mal 0,25, also 2 mal A. Das wieder in den Taschenrechner eingeben, erhalten wir die zweite Lösung von 0,58. So, können wir noch überprüfen. Aber 0,58, ja, passt eigentlich ganz gut. Also auch hier, kein Fehler drin, müsste stimmen. Berechnen wir uns zu y2 dazu. Auch der Punkt A liegt auf der Geraden, das heißt, ich nehme wieder meine Geradengleichung. Die ist einen Schritt einfacher, ersetze das x durch meine zweite Lösung, also minus 0,25 mal 0,58 plus 6,5. Gibt es wieder in den Taschenrechner ein und dann kommt ein Wert von 6,36 raus. Und dann sind die Koordinaten von Punkt A 0,58 und 6,36. Und dann gehe ich dazu da. Vielen Dank.